hey hallo und herzlich willkommen zu bastis beauty palace schön dass ihr wieder dabei seid mit dabei sind daniel kräber und ich habe schon gehört die kusas auch wieder mit am start so ein fotzen lasst ein abo da und viel spaß bei der show bei mir sind lehurensohn gelandet ich hab hier auch einen bei mir was die vergiss ich die toiletten kaputt wieso ist das was ja das cool oh scheiße kommt noch einer krass man die waren locker an level 57 schon einer die gegner gar nicht weil jetzt hast du mein klo kaputt gemacht war ja jetzt weshalb fordner deutschland der nachnamen denn die jaja die werden uns jetzt alle rausgekriegen die werden jetzt alle alle kugeln und dann finden sie gar nix gut gab gar nichts finden was den meniskus den disco oper der wird mir die ganze zeit angezeigt mit youtube alter richtig bescheuert man abwärts abwärts schon auch das r so sechs kitts noch so gesundheit Achso, muss man eigentlich Dixi-Close kaputt machen oder richtige Toiletten in Häusern? Toiletten in Häusern. Ah, okay. Aha. Oh, ein paar Köppen holen bei der Tanke, Alter. Für die Propan-Gas-Dinger, äh, Propan-Tanks können wir bei, auf der Bohrinsel wieder landen. Ach da. Ja. Und da sind die ganzen, stehen die ganzen Dinger rum. Na, dann mach mal das doch. Na, hol Jumphead raus, dann können wir rüberfliegen. Ja, ich lauf einfach schnell hin. Oder so. Schießt ihr noch nicht? Ich könnte. Er schießt noch. Er ist von Norden? Er schabiert wohl, er hier unten. Ja. Ja. Ja, es ist hier. Oh, wie ist denn jetzt? oh Oh yeah! Komm her, du Hund! Voll voll nur verlieren, nehm ich mal, was? Von wo, von wo? Bei mir, direkt! Ist hier noch einer? Nee. Komm mal her, hier. Ich bin jetzt voll geleckt, Alter. Wie Basti's Mutti, Alter. Bitte? Du willst, dass ich meine Mom das auch angucken, ne? Als ob du das hochlädst, Alter. Wenn man gewinnt, natürlich. Scheiße, ich muss nochmal zurück. Und das, was du gesagt hast, das werde ich sogar noch mit Untertiteln betiteln. Das noch eh einmal. Oh ja, aber lass ihn mir hin, bitte! Danke! Kein Problem, Alter. Leute, ich fordere Dreckhills. Endlich. Oh, lass ihn mir hin, bitte! Wo wollten wir grad geschossen? Ich bin grad eh noch von hinten. Oh, können wir langsam mal Munition kriegen oder so? Krass, Mann. Wie geht's noch, Alter? Kann ich die grüne Tech haben, Alter? Ja, okay! Ah! Alter! Maena! Was ist denn das? Stummere Munition? Da hab ich bloß 76. Also 5 kann ich dir abgeben. 5 kann ich dir abgeben. Ich tausch auch gegen ein bisschen Maschinenpistole, Mann. Hier! Sechs Schuss, Alter! Kannst du so behalten, Alter! Maschinenpistole selber! So, wo geht's denn? Na, Agency! Na los! Oder Risky! Whisky! Oder Risky! Risky! Risky? Risky! Risky? Risky! Ey, ich hab... Macht mal... Bleibt mal kurz stehen hier. Bildet mal so'n Football-Kreis. Und dann kann ich euch die hier geben. Hat hat! Hat hat! Sechs 29! Sechs 29! Oh Gott! Ah! Und los! Was? Sorry, ich musste kurz auf 200 auffüllen! Woah! Alter! Den haben wir noch was abgegeben, Alter! Hätte ich sie lieber liegen lassen, nur irgendwo. Was? Du sitzt in den Abend, warum? Für dich? Ach krass, danke! Nö! In dem Boot? Ja, fuck you! Was? Wir haben jetzt Whisky gesagt, Mann! Wir müssen uns Ziele setzen! Ja! Ist doch gut, Mann! Das muss ein Video werden, Alter! Auf jeden Fall! Du musst halt... Drei Runden im Inneren machen! Ein Video! Oh! Ah! Oh, das hat sich nach dem Dicken angehört da oben! Ei, 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 ei! So! Dann gönnen wir uns das ja auch noch gleich! Jetzt kriegst du ein bisschen Bandagen-Bazooka, wenn die ihn da mitnehmen will? Niiiice! Niiiice! s überlebe ich das doch scheiße und auch gut der Mann war und ich meine und ich bin in der Eingang ist auch noch eine solche damit die nicht mehr muss ich nicht um ein flopper wopperflopper wopperflopperflame ja recht er jetzt hier ist die Truhe übrigens oh okay naja schade die ist kaputt die Treppe, die um sind doch noch zitrun das Boot ist doch noch hier die um ist doch eine grüne Tech wieso und wir müssen los, ne? ja, nö hat sich diesen Flopper nicht mitgenommen, ey, schön dumm, Alter oh oh, Batzen ja, geh mal ein bisschen weiter nach links ja, was kannst du genau darauf hin? zu upsala ach je der versucht zu hüpfen noch mit seinem Boot wahrscheinlich schau mal schau mal mit so einer Wende so wenn wir jetzt so übelst lange mal laufen einfach dieses 500-Miles-Lied einspielen, Mann das ist bestimmt auch geil, Leute wollen wir hier noch die drei Truhen mitnehmen, oder was? sind hier irgendwo drei? ach so hat irgendwo was geschossen grad? einer kann meine aufmachen, ich hab ne andere Truhe mit oh, okay dicker Flummi mal so was, Flummi? nice was ist da? hey, wer hat das? das ist matigiert matigiert? das Boot das Boot das war Martin matigiert das ist nicht so ein alter deutscher Film, oder so? matigiert? ne, das Boot ach so, ja ach so, ja Lazy geht ein bisschen was ab, glaube ich das ein blaues Stummel wärm? aber ich will nicht spoilern wenn man es inna will ja bitte ich bin erster hä? du läufst einfach dran vorbei geht Danny du läufst dran vorbei Auto-Aiming schade, okay ne, das will ich nicht, so ne kacke, Mann äh, da oben bauen sie auch dann lass lieber erstmal was am Rand aussuchen anstatt in die Mitte zu rennen da oben dann müssen wir ja eh zu denen wenn wir eh zu denen gehen Alter Alter da oben geht die holen wir jetzt ist noch ein dicker? oh oh, soll man rein? soll man schießen? soll man nicht schießen? ne, ne oh, die bauen ein Jump-Pit ist es nicht oh, da hinten ist noch einer scheiß, wir sind noch in die Zone ein bisschen ich hau gleich Granaten Granaten rein ich hab auch noch sechse ich hab auch noch sechse na los, Feuer na, ich bin doch zu weit weg krass ja, einer down Spill down oben, oben, links oben, jawoll danke danke hoch, 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 hoch scheiße, man sehr gut oh, ne oh, fuck und jetzt häng ich hier so kacke hinter uns raus vielleicht über mir muss mich heilen ja, ich auch ich hab nen Jump-Pit, ne wir können doch abbauen oh, kacke, Mann lass uns abholen scheiße alter was ist denn hier los? niki, wo bist denn du? oben und genau unter dem Bastard pssst alter, wenn du jetzt übelst ey nein fuck, fuck, fuck schade, Mann oh, scheiße 7 kills leck mich doch am Arsch alter aber eigentlich hättest du mich noch mitnehmen können schade, Mann ne, äh, bei mir ist das ich hab richtig schlechtes Internet gerade hier hört man gar nicht hört man auch fuck ich hatte in Magazin und der hat 999 Schuss, alter äh, 1007, was du laberst 1029, Mann das Minikit und dann rennst du zurück und holst unsere Karten, Alter ja, genau ja ich hab auch 3 hier liegen lassen ey, na dann, Alter, zurück mit dir, Junge ja, Mann halt zur Richtung ich muss noch nen Kill machen, entspann dich mal ja, genau willst du dich mal heilen jetzt? ey, wenn ich dein Inventar schon wieder sehe, ne aber keine Maschine-Personne, deswegen macht er auch keinen Kill mehr, Alter das ist vielleicht auch mal ey, Danny, mach das jetzt noch, Alter ne ey, keine Maschine-Personne ey, mach ein bisschen Mut wenn er, wenn er Aimen hätte ja? jetzt ein paar Wichser, ey ey, anstatt anstatt mir mal jetzt ein bisschen Mut zuzusprechen, ja ne, wir haben es ja gestern gemerkt, wo du angepisst warst, warst du ja auch auf einmal übelst das Biest ach man, was ist denn hier schon wieder los? du bist einfach behindert jump hit, alles da, ey und jetzt kann ich dir auch sagen oh, Alter ich hab so Kopfschmerzen, alle ey, lass mich mal kurz in Ruhe, Alter, was ist denn hier los? Danny, komm mal ganz kurz runter hast du jetzt was getrunken? ich hab... was so nee, Mann sortier erstmal deine Waffen, oder kämpfst du so? Alter, wir haben 16 Kills, Junge ne, ist richtig so sortiert echt? AHHHHH hab ich erschrocken jetzt Danny, hier ey, du hättest nur noch EEN Team platt machen müssen, Alter JAAA ja er wird nicht hahahaha uuuhh OHHHHH OHHHHHHHHH NICE! NICE! Hoi! Oh! 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 Geil! Mach mal eine Begrüßung jetzt! Was denn? Sag doch mal eine Begrüßung jetzt oder sowas! Erst, wenn wir springen, denn... Aber da muss es doch sitzen, dann müsst ihr euch auch mal Mühe geben, bitte! Ja, natürlich! Aber wenn wir jetzt schon starten, können wir das auf über 10 Minuten strecken und dann können wir siebenmal Werbung schalten! Und da geht es ja nicht ums Geld, sondern uns geht es um die Community, man! Ach so, natürlich! Daumen hoch für Basti-Boom, Alter! Daumen hoch für Basti-Boom, Alter! Basti-Boom? Oder hier, Salty-Springs, muss ein paar Kisten aufmachen! Was? Salty? Großer! Hat er schon wieder nicht Offladen angemacht hier, oder was? Doch, hab ich eigentlich... Doch, mal an! Na, was ist denn da los?! Na, los! Na, Patty nicht da, Mann! Das geht mir auf den Sack, Alter! Ja!